Du hast die Aufnahme noch an oder? So? Nö. Zeig nicht? So wieder da. Nein... Wenn ihr mal reinkommt mache ich immer direkt raus. Tja... Wenn ihr mal reinkommt... Wenn ihr mal reinkommt... Zweideutig... Wolltest du es auch grad sagen? Ich hab gleich... wir haben es gleichzeitig gesagt. Mh... Wenn ihr mal reinkommt... Oh... ne Kiste! In der Kiste ist natürlich nichts drin, muss die also kommen. Stimmt die, wo ich schon war. Oder die, wo ich schon war. Oder die, wo ich schon war. Oder die, wo ich noch nicht war. Oder die, die der Zombie leer gemacht hat. Oh, ich bin neben dem Zombie vorne, das Ding. Wie? Das hab ich vergessen, was ich sagen wollte. Was? Oh, ist schon runtergefallen. Ist schon wieder runtergefallen. Hallo, ich falle. Ich falle, ich falle. Oh, ne Kiste. Oh, mein Popo. Genau, jetzt find ich eine Kiste. Aber ich bin zu tief, um sie zu holen. Und ich bin tot. Ich glaub, hier muss ich jetzt zurück. Leute, drück mal. Einfach Doppel-W. Dann spring auf einen Block. Und dann drück einfach. Lass einfach Leerzeichen gedrückt. Fass einfach direkt. Glanz einfach einmal perfekt. Ist voll geil. Oh, ich find's runtergefallen. Das ist bitter. So. Noch mehr Schneefarmen. Weil unsere Base will ja auch schön groß werden. Wir bräuchten mal mehr Gras. Oh, krass. Es gibt auch Sachen, die man hier erledigen muss. Die hab ich jetzt aber noch nicht rausgesucht. Sobald, also auf jeden Fall muss man, glaube ich, einen Kabblestongenerator bauen, eine Kuhfarm oder so. Wie könnte der, äh, herausnehmen? Kann man nicht, aber... Kann die nicht, aber... Gibt halt so. Würde man das schaffen. So. Junge, was soll man denn? Scheiße, ey. Und das Hauptziel ist... Halt den. Halt den. Ja, das haben wir langsam alle kapiert. Ey, guck mich mal an. Warte mal an. Muss erst... Schnee. Junge, hör auf. Junge, hör auf. Fynn, hör auf. Wutte Pah du mal Tee Alter Hördammte Scheiße du mal Tee Alter was ist C Tee wie Titte jetzt weiß er was ich meine Hördammte Scheiße was ist Hördammte labert da wieder jemand und ja du ja ich bin auch am Leben wurde Wunder und die Kiste das war die Wurz das bei mir im WP Scheißkack Ohfockkack Lava da runtergefallen Pffft try to swim in Lava ich lese ich lese ich lese ich lese ja ich lese und ich lese und ich lese ich lese auch eingespannt Eingespannt ich rede über Spinnennennetz ich mein ich dachte mal als Spinnennetz netz netz bei Spinnennetz für die Mühe leck mich am Arsch hat Lampeter Jesus man Marcel ja Jesus man ich lese ich lese ich lese ich lese ich lese ich lese immer ein Baller und ich werde das der Fleisch mit ich auch wasser auch im Dorf und abfalle wenn es bekloppt Bonny Hoppe gehen in Wasser Autobloch ja kann ich auch ja er fällt erstmal runter weil das nicht kann du? oh genau ja ich kann ich weiß danke ja ist genug ja ja ich brauche ich mal brennen oh ich brenne ich mehr oh ich brenne ich mehr ja 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 selbstverständlich hier gibt es Kaktusse Kaktusse du hast die Kaktusse so eine Kaktusse so eine Kaktusse oh spinnen jetzt spinnen jetzt ich bin unter dem wagen ich habe ich habe den Spielen ja ich bin jetzt ich bin jetzt ich bin jetzt fuck ich bin ich bin ich bin in Wasser auf Block habe lebt verloren hm 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 wo ist die da unten wo ist die wo ist die ach da hin ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin immer vor dem Gero am Platz und äh hauptsache ganz am Ende bevor ich auf dem Boden Kanal fliege ich noch in Lava rein voll ich würd jetzt ja in Wasser springen weil ich grad brenne aber ich bin ja grad irgendwie in einem Spinnennetz und das ist irgendwie in einer brenzlichen Lage ha 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 brenzliche Lage ich brenn ha 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 lach ach du bist auch tot what a cool story story so erroll what a cool story what a cool story what a cool story story doch gehe ich jetzt rechts lang rechts mhm rechts jetzt bin ich gut, weil wegen dir, da war ein Gäste bestimmt ist schon leer schon bist du noch voll ich kenne dich schon Fick, Fick der Scheiße Fick der Scheiße Fick der Scheiße Fick der Scheiße ich bin tot, ne doch nicht aber jetzt, ne doch nicht, aber jetzt da fick der Scheiße Nein Musik zu Ende, ich muss neue Musik anmachen was da hier war ein Gott, da ist eine Kiste, wie soll ich da hinkommen? Fick ich muss jetzt hochkommen oder du lässt einfach sein Oh, hier ist der Rauchwolk die so braun äh, so, brau Du meinst eine normale Wolke, die hält Fick der Scheiße Fick Fick Mann ich fahre immer tiefer, aber die Kiste jetzt zehn Lücke oder so das hat keinen Sinn Fick jetzt random und irgendwo, irgendwann werde ich eine Kiste dran kommen äh ich trumpe die ganze Zeit vor allem rum und ich sterbe immer mhm da äh boah komm und pennen ah, ich bin tot good night, bro behold ja na 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 ja na 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 Vielen Dank.